Was ist Dehydrierung bei Kindern? Eine Dehydration bei Säuglingen tritt auf, wenn ein Baby nicht genügend Flüssigkeit in seinem Körper hat. Dies kann passieren, wenn das Baby mehr Flüssigkeit verliert, als es verbraucht. Dehydratisierung tritt häufiger bei Säuglingen als bei Erwachsenen auf. Im Allgemeinen liegt dies daran, dass Babys viel kleiner sind und ihre kleinen Körperflüssigkeiten schneller verlieren können. Sie wenden auch Flüssigkeiten um, die sie schneller verbrauchen als ältere Kinder und Erwachsene. Viele verschiedene Faktoren können zur Austrocknung des Kindes führen. Am häufigsten wird der Zustand durch Durchfall und häufige Erbrechen verursacht. Aus diesem Grund können Kinder, die an Grunderkrankungen erkrankt sind, Dehydration als Folgeerkrankung entwickeln. Krank zu werden, kann dazu führen, dass ein Kind nicht trinken will, was zur Dehydrierung führen kann. Andere häufige Ursachen für Dehydratation können Fieber und übermäßiges Schwitzen sein. Die Symptome der Dehydratisierung bei Säuglingen können sich unterscheiden. Eltern sollten alarmiert werden, wenn ihr Baby deutlich weniger nasse Windeln als gewöhnlich hat. Jeder Urin, der produziert wird, kann eine ungewöhnliche Farbe haben und einen sehr starken, charakteristischen Geruch haben. Einige Babys mit Dehydration haben trockene Lippen und einen klebrigen, trockenen Mund. Das Baby kann sehr gereizt und wählerischer sein, als es normalerweise ist. Dehydratisierung kann bei Säuglingen schnell sehr ernst werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf frühe Anzeichen der Krankheit zu reagieren. Je dehydrierter ein Baby wird, desto kränker wird es. Wenn die Dehydrierung nachlässt, können ernstere Symptome auftreten. Zu den schwerwiegenden Anzeichen einer Austrocknung bei Säuglingen kann keine Tränenproduktion gehören, wenn das Baby schreit, Durst und Muskelschwäche. Einige andere schwerwiegende Anzeichen einer Dehydrierung können versunkene Augen und ein weicher Fleck auf dem Kopf des Babys sein. Seine Haut kann kühl und feucht sein und bei Berührung schrumpfen. Wenn das Baby in den frühen Stadien der Dehydratation des Kindes einige Wasserlassen gelassen hat, hört es möglicherweise mit dem Wasserlassen auf, wenn die Krankheit fortschreitet. Unbehandelte Dehydratisierung bei Babys kann zu Bewusstseinsverlust führen. Für Eltern, die glauben, dass ihr Baby dehydriert ist, ist es wichtig, sofort medizinische Hilfe für das Kind in Anspruch zu nehmen. Starke Dehydrierung bei Kindern kann zu Schock, Krampfanfällen und Organversagen führen, am häufigsten in den Nieren. Unbehandelt kann der Zustand auch tödlich sein. Wenn sie die Flüssigkeitsaufnahme und Abgabe ihres Kindes genau beobachten, können sie verhindern, dass dieser schwerwiegende Zustand auftritt. Die Dehydratisierungsbehandlung bei Säuglingen beinhaltet im Allgemeinen einen Flüssigkeitsersatz. Manchmal geschieht dies, indem sie dem Kind Flüssigkeit in einem Krankenhaus intravenös verabreichen. Wenn der Säugling aufgrund einer Krankheit wie einer Infektion dehydriert wird, können Antibiotika verschrieben werden, um die Infektion zu heilen. Wenn Flüssigkeiten ersetzt werden, ist die Behandlung der zugrunde liegenden Ursache der Dehydratisierung die ideale Dehydratisierungsbehandlung. Dehydratisierungsbehandlung